Servus Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Warum Marsch die Vorabankündigung? Und zwar, weil der liebe Jan Lukas, man kennt ihn, seine Aufnahme weggeschmissen hat. Trotzdem wünschen wir euch sehr viel Spaß bei unserem neuen Video und zu der wahrscheinlich nubigsten, wirklich nubigsten Märchenstunde auf ganz YouTube. Von wegen, auf kaufen gehen und möchtest du wirklich kaufen, wesentlich besser. Wie das bei Rette die Welt wie den Lamas ist. Goldene Plexka. GG. Nice. Hab ich schon mitbekommen. Hab ich heute schon gespielt. Die erste Seite von den Aufgaben hab ich schon wieder fertig. Bruder, übertreib halt deine Lage. Das macht aber auch Spaß, finde ich. Meine Aufgabe gerade gewesen, ey. Ich glaube, der könnte in der Scheune sein. Ich mach mal auf die Scheune drauf. Ja. Ja, ja. Ist der da drin? Hm. Nice. Nein, stopp! Ah, und direkt in Lila. Ich nehme das jetzt einfach mal ein bisschen länger mit. Ich muss mich damit machen. Ich nehme die Plexka mit, auf jeden Fall. Oh, da kommen schon die nächsten. Direkt auf W. Alter, ey, also peaken können sie schon mal nicht. Das sage ich dir schon so. Ich wollte halt auch drauf schießen. Bruder, Alter. Das war schon wieder, das war so ein, oh. Die letzten Tage, wo ich wirklich gezockt hab, hab ich richtig viele solche richtig clean Headshots verteilt. Ah, okay. Er war halt jetzt auch, muss man sagen, absoluten Kacknob. Weil, also, ich meine, so open, sage ich mal, sich hinzustellen, ist schon. Du lieb. Muss man ja sagen. Muss zugeben, schlecht war er. Komm mal kurz zu unseren Häusern, wenn du da fertig bist. Ich sehe mir, dass die gerade an und denkt, was war er denn für ein Kack? Je nachdem, wie ich mich jetzt so die ersten paar Tage damit einspiele, würde ich vielleicht sagen, wir machen mal wie blödsinn. Ist schön, boah. Da ist schon alles wertgeludert, oder was? Ja, ich bin von aus. Wird er eh noch mal runtergepatcht. Ja, das wird die Waffe so viel zu stark. Die ist eigentlich viel zu stark. Wie gesagt, zwei Schüsse mit der, äh, blauen Version. Hallo, 88 Schaden. Ich habe nur an die eine Waffe reingebracht und die dann so gelassen, wie die am Anfang war. Ne. Das stimmt allerdings. Moin. Der Baum war schnell weg. Speed, Junge. Fokus. Speed. Speed. I am Speed. Das war One-Hit-Wonder. Äh, äh, äh. Lass mich hier rein, lass mich rein. Oh, hier ist ein Jiggy. Lass mich rein, lass mich raus. Äh, lass mich rein, lass mich raus. Ich drück mir den Jiggy einfach, weil dann... Dieter. Ja, ich drück mir den einfach. Dieter. Oh, Dieter. Oh, Dieter. Bertha. Bertha. Oh, Bertha. Hab ich erschossen. Gerd. Gerd. Ich komme nicht raus. Oh, Gerd. Was haben sie dazu zu sagen? Wir haben ja Märchenstunde. Du bist ja böse Wolf und ich bin Rotkäppchen. Oh, ja, das habe ich mir schon so oft gedacht, dass wir die Kombination eigentlich mal öfter spielen müssten, weil das ist halt Rotkäppchen der böse Wolf, ne? Voll geil. Ähm. Mit dem Sequel, dann nennen wir die Folge die Märchenstunde mit Rotkäppchen. Märchenstunde mit den Nudes. Es war einmal ein Rotkäppchen. Es war so rot, dass alle gestorben sind. Ende. Ich hab dann aufs Video ja vor so 10 Minuten schwarz-wild. RIP. RIP ist ein U-Kos-Verteil. Jetzt eine Schweigeminute. Ja, okay. Okay, ist eine Taktische drin. Schweigedämpfte und eine Pumpe. Was? Ich, ich muss nicht gerade die ersten zwei Sekunden so zurückhalten. Es war eine Schweigeminute. Tting, 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 tting. Die Büsche, die sind nicht echt. Da kannst du mir sagen, was du willst. Da, die sind echt. Okay. Der Busch hat sich doch hundertprozentig bewegt, ey. Dein Fies hat drauf, da. Ich fies auf den Händen. Nein, das ist zu auffällig. Nein, 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 lass her auf, da, auf, da, auf, da. Liegt noch ein Bigness, den kannst du auch nicht mitnehmen. Oder kannst du den irgendwie mitnehmen? Leider nö. Kannst du Medipacks decken? Leider nö. Kannst du den Maul halten? Danke. Wer ist so, hat man mit einem Leider nögel erschnitten? Ah, da hinten ist, das sind welche, die wollen jetzt auf mich snipen. Wo? Ich bin, konnte ausgewiesen auf, SO, hinten. Richtung. Ah ja, ich seh's. Von da, wo der Schuss kam. Was hast du mir sicher nicht hier eingebaut? Jetzt, wenn ich da eine Panikattacke bekomme, dann... Hast du Pech gehabt? Wollt das? Die sind auf jeden Fall hier oben. Quatsch. Was? Ich hab dir nen Hip gegeben. Der hat das goldene Wehre. Hier oben. Du da. Boah, wie ist das? So. Kacke, Alter. Not gegen Elend 2.0. Oh oh. Ich wüsst'n von wo? Na, ich weiß wo. Ab ein. Bruder. Nice. Oh man, wie viel war der Flyber? Da hast du's gesehen, ich nicht. Nein, ich auch nicht. Schade. Die sind hoch, äh hoch, äh hoch. Ich glaub, die Puschen. Die Puschen, ich komm auch mal hoch. Ich komm auch mal hoch. Der hat schon weißen Schaden. Der hat mich, der hat mich. Der hat weißen Schaden, der hat nur Geh. Nice, nice. Ab'n? Ich geh zwischen die Hallen, ne? Wir müssen jetzt auch abpatzen. Ja. Wohin? Das die rein, oder? Ja, müssen wir. Wohin da das die? Oh, ich vor uns sind welche GG. Aber wir sind auch hier in der Zone auch. Ich glaub, hier will einer pushen. Ah, der eine hat Falschaden bekommen. Oh mein Gott. Ich muss mir direkt den, äh... Fuck, 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 alter. Schaff ich das? Ich, hast du noch Schild, ne, ne? Doch, drei Minis. Oh, perfekt. Dreck hinter uns, direkt hinter uns. Oh nein, alter. Warte, hier Minis, Minis tropisch. Liegen. Wohin? Wohin? Warte mal, lol? Alter, lass den snipen, alter, absolut. Er ist nur noch der eine, ne? Ja. Nee, komm! Setz mal weiter an der Thörer, ja? I was the my day living everyday I know it's my day Jerry Foxo Try me now and I'm gonna show you night OOOHOOHOOAHOOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOO Turn down for what? No木 delki Jo, den kick du, alter duch er noch hier! Oder was geht ab? Ich hoffe ich wieder crazy! Keine Möbe bange! und da ist die märchenstunde geile scheiße ich habe nicht aufgenommen nein alter wieso bin ich manchmal so dumm im sinne von Aufnahmen machen. Ich verstehe nicht, wie ich das verchecken kann. Jetzt mal ganz im Ernst. Bruder. Ja.